Und somit können wir dann immer wieder 70 Euro verdienen. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute gibt es mal den faulsten Weg überhaupt Geld zu verdienen. Und zwar könnt ihr mit der heutigen Methode immer wieder über 70 Euro verdienen und das mit sehr wenig Aufwand. Dass das Ganze wirklich funktioniert, werde ich in diesem Video natürlich ganz genau beweisen. Also leg jetzt alles andere beiseite und schau dieses Video auf jeden Fall unbedingt konzentriert bis zum Ende an. Denn wir werden uns heute mal eine extrem spannende Methode anschauen, mit der man es schaffen kann, jede einzelne Stunde immer wieder 70 Euro oder sogar mehr zu verdienen. Und das Ganze eben auf seriöse Art und Weise mit relativ wenig Aufwand. Das Beste ist, man braucht keine besonderen Fähigkeiten und auch keine Erfahrung, um mit dieser Methode Geld zu verdienen. Außerdem spielt es keine Rolle, wie alt man ist oder was man bisher beruflich oder schulisch gemacht hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Gebt jetzt schon mal gerne einen Daumen hoch für mehr kostenlose Videos zum Thema Online-Geldverdienen und dann geht es auch direkt schon los. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es mal die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geldverdienen und passives Einkommen aufbauen. Und wenn dich diese Themen interessieren und du es auch schaffen willst, langfristig und seriös Online-Geld zu verdienen, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du mal auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir in Zukunft helfen werden, neue Einnahmequellen aufzubauen. Heute schauen wir uns eben eine Methode an, mit der man es schaffen kann, immer wieder 70 Euro jede einzelne Stunde zu verdienen. Wie gesagt, gerne schon mal einen Daumen hoch geben für mehr solcher Videos und dann geht es auch schon los mit Schritt Nummer 1. Und zwar schauen wir uns zuerst natürlich das Allerwichtigste an und zwar, wie viel wir denn genau verdienen. Wir können mit dieser Methode immer wieder 70 Euro pro Stunde verdienen, teilweise auch mehr. Wir rechnen jetzt einfach mal mit 70 Euro pro Stunde, das heißt 70 Euro für eine Stunde Arbeit. Und wenn man jetzt so einen normalen Arbeitstag hätte, man kennt es ja, 8 Stunden Arbeit, also mal 8, da hätte man tatsächlich an einem einzigen Tag schon über 560 Euro verdient. Und jetzt werden einige sagen, ja Leon, schön und gut, zeig mal, ob das Ganze wirklich funktioniert und das werde ich natürlich jetzt ganz genau machen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum das Ganze besonders für faule Menschen interessant ist und dazu gibt es jetzt die Lösung. Und zwar zum einen kann man das Ganze von überall aus machen, das heißt sogar auch vom Bett aus, man kann es von zu Hause aus machen. Das heißt, man muss nicht mal aus dem Haus gehen, man kann das Ganze entspannt zu Hause in einem Zimmer seiner Wahl machen, meinetwegen auch im Bett, also es jedem selbst überlassen. Ihr werdet noch nachher im Laufe des Videos sehen, warum und dann werdet ihr ganz genau verstehen, wie genial diese Methode wirklich ist. Jetzt werden sich einige denken, klingt interessant, aber was muss ich denn jetzt genau machen? Und dazu gibt es jetzt die Lösung. Und zwar muss man sich einfach nur ein paar Audiodateien anhören und das Gesagte, also das, was man dann eben hört, das muss man dann einfach nur aufschreiben. Klingt interessant, ist es auch, wie das Ganze funktioniert und wie man damit Geld verdienen kann, das zeige ich euch jetzt. Das Beste dabei ist, man kann sich die Themen der Audiodateien teilweise selbst aussuchen, das heißt, es ist auch noch richtig spannend und gleichzeitig wird man dafür auch noch bezahlt. Und jetzt werde ich euch verschiedene Webseiten vorstellen, auf denen ihr mit genau dieser Strategie Geld verdienen könnt. Und zwar beschäftigen wir uns heute mal mit der Plattform Emberscript. Die Plattform Emberscript habe ich tatsächlich noch nie auf diesem Kanal hier vorgestellt, also eine komplett neue, brandneue Methode zum Geld verdienen. Hier könnt ihr eben von überall aus arbeiten, das heißt von zu Hause aus, aber auch von zwischendurch. Wichtig ist natürlich nur, dass ihr eben Internet habt und ihr könnt natürlich auch arbeiten, wann immer ihr wollt, also zum Beispiel auch mitten in der Nacht oder auch eben natürlich tagsüber oder in der Mittagspause. Das ist euch ganz überlassen und ihr bekommt hier jeden Monat eure Auszahlung, egal ob ihr zehn Stunden gearbeitet habt, eine Stunde gearbeitet habt oder eben zum Beispiel 40 Stunden gearbeitet habt. Worum geht es hier? Hier gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen, zum Beispiel hier als sogenannter Transkriptor bzw. als Transkriptorin. Was macht ein Transkriptor bzw. eine Transkriptorin? Es hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, aber im Prinzip ist es nicht schwierig und zwar man hört sich erstmal eine Audiodatei an und dann muss man eben einen automatisch generierten Text überarbeiten. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Song oder eben einfach einen Vortrag von einem Redner oder was auch immer und diese Audiodatei müsst ihr euch anhören. Und dann wird eben, wie auch auf YouTube hier zum Beispiel mit den Untertiteln, wird dann eben ein Text eingeblendet und ihr müsst einfach kontrollieren, ob dieser Text eben richtig ist und dann müsst ihr eben das Ganze eben einmal überarbeiten und müsst dann eben den richtigen Text dafür hinzufügen und würdet dafür tatsächlich 45 Cent bis sogar 1,20 Euro pro Audio bzw. Videomaterial Minute bekommen. Wir rechnen das Ganze jetzt einmal aus bzw. ich habe es natürlich schon vorbereitet. Das heißt, wenn ihr hier eben ganz einfach zum Beispiel 1,20 Euro pro Minute bekommt und dann eben das Ganze bei einer Audiostunde macht, also eben mal 60 Minuten, dann hättet ihr tatsächlich hier schon über 72 bzw. über 70 Euro, nämlich 72 Euro verdient und das mit einer relativ einfachen Möglichkeit. Wenn ihr hier bei Emberscript starten wollt, dann geht ihr einfach auf die Seite, scrollt ganz nach unten, dann erscheint der Punkt Transkriptor werden bzw. bei Emberscript arbeiten und dann klickt ihr auf Jetzt bewerben drauf. Dann öffnet sich schon hier die nächste Seite, wenn das Ganze lädt und ja, dann könnt ihr euch hier einfach ganz einfach mit E-Mail-Passwort anmelden, könnt euren Account eben erstellen, kostenlos natürlich und könnt direkt auch schon starten. Übrigens für alle, die auch lernen wollen, wie man es schaffen kann, sich ein passives Einkommen aufzubauen, wie man es teilweise auch schaffen kann, im Schlaf Geld zu verdienen, schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein, denn dort habe ich euch eine spannende Methode verlinkt und jetzt geht es weiter mit der nächsten Plattform. Falls ihr bei Emberscript nicht angenommen werdet, gibt es jetzt nochmal eine Alternative und zwar die Plattform Abtipper. Alle Infos dazu gibt es jetzt. Abtipper.de ist in meinen Augen eine sehr, sehr gute Plattform zum Online-Geldverdienen und hier geht es auch wieder um sogenannte Transkription, aber alles eben hundertprozentig auf Deutsch und wieder ohne Startkapital und ohne Risiko. Das heißt, hier läuft es eben folgendermaßen ab. Ihr könnt euch hier komplett kostenlos anmelden und könnt dann eben eine Audiodatei, die euch dann zugeschickt wird, die könnt ihr dann eben abtippen, wie es auch schon der Name der Plattform Abtipper sagt. Das heißt, wenn in der Audiodatei zum Beispiel gesagt wird, mein Name ist Leon Kramer, dann müsst ihr einfach dieses, was gesagt wird in der Audiodatei, müsst ihr einfach ausschreiben, müsst denen das zuschicken und dafür werdet ihr bezahlt und das sogar für jede einzelne Minute. Jetzt natürlich das Wichtigste am Anfang, wie viel kann man denn damit verdienen und das werde ich jetzt einmal zeigen. Ja und hier sehen wir auch schon, wie viel man damit verdienen kann. Das geht, wie gesagt, nach Minute und hier sehen wir auch schon alleine bei den einfachen Transkriptionen, also bei den wirklich einfachen Texten, keine wissenschaftliche Texte, keine professionelle Texte, sondern ganz einfache Texte bzw. ganz einfache Audios. Da gibt es eben 1,31 Euro pro Audiominute, das heißt 1,31 Euro mal 60 sind wir hier dann bei schon 78,60 Euro pro Stunde. Ja, dann geht es weiter. Wie sieht es dann bei wissenschaftlichen Audios aus? Dort gibt es 1,55 Euro pro Audiominute, das heißt, rechnen wir das Ganze nochmal aus. 1,55 Euro pro Minute mal 60 Minuten für eine Stunde ist man da schon bei 93 Euro pro Stunde und bei den erweiterten Optionen hier ist man schon bei 2,37 Euro pro Audiominute, was natürlich ziemlich gut ist, über 5 Euro, ja in gerade einmal 3 Minuten wären das schon. Das heißt, wir rechnen das Ganze einmal aus, 2,33 Euro und ja mal 60 ist man hier dann schon bei über 142 Euro pro Stunde. Natürlich muss man dazu sagen, hier geht natürlich auch dann noch ein Teil an die Plattform ab, aber trotzdem ist es eine Einnahmequelle, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, vor allem, weil das Ganze eben komplett ohne Risiko ist. Ja, wenn ihr hiermit starten wollt, dann geht es jetzt hier mit auf der nächsten Seite weiter. So, und zwar könnt ihr euch hier bei einem sogenannten Kontaktformular dann bewerben, das heißt, es gibt hier drei Schritte, ein Bewerbungsformular, dann muss man zunächst einmal das Ganze ausfüllen, werde ich euch gleich zeigen. Dann gibt es hier Probeaufgaben, das heißt, ihr bekommt dann eine E-Mail mit kurzen Probeaufgaben und wenn ihr die Aufgaben gelöst habt, bekommt ihr sogar schon 10 Euro, das ist natürlich auch schon mal super und ja, dann könnt ihr auch schon mal testen, ob das Ganze was für euch ist. Dann geht es weiter und könnt ihr eben, falls ihr angenommen werdet, könnt ihr dann aufgenommen werden in den sogenannten Abtipperpool, das heißt, die überprüfen dann eure Ergebnisse, ob ihr auch zu denen passt und dann könnt ihr auch schon die Aufträge übernehmen und Geld verdienen. Ja, hier unten schauen wir uns natürlich auch nochmal das Bewerbungsformular an, ganz normal, Name, Nachname etc. Und ja, bevor ich gleich hier zu der Rechtsform etc. komme, nochmal eine ganz wichtige Sache und zwar, es gibt hier wirklich zahlreiche verschiedene Bereiche, beziehungsweise auch verschiedene Dialekte. Das heißt, das ist auch eine Plattform, die wirklich auch für Deutsche besonders interessant ist. Warum? Weil man hier auch wirklich nach Dialekt arbeiten kann. Wir haben ja hier auf dem YouTube-Kanal Leute aus ganz Deutschland, natürlich auch aus anderen Ländern, aber hier primär aus Deutschland haben wir natürlich auch hier dementsprechend die verschiedenen Dialekte oder Akzente mit dabei, zum Beispiel hier, ja, bayerischen Dialekt oder Berliner Dialekt, was auch immer für einen Dialekt ihr hier mit dabei habt, könnt ihr alles eben ankreuzen. Das heißt, ihr könnt hier auch nochmal die Themengebiete eben angeben, das heißt, für welche Audiodateien interessiert ihr euch, das heißt, wenn ihr beispielsweise, so wie ich, am Thema Fitness und Ernährung Interesse habt, beziehungsweise, ja, euch damit auch ein bisschen auskennt, beziehungsweise, das muss man gar nicht, weil es ja eben eigentlich nur darauf ankommt, ja, hier Sachen abzutippen, dann würde ich jetzt beispielsweise hier das Thema Ernährung vielleicht mal auswählen. Und da könnt ihr noch weitere Fremdsprachen angeben, das ist allerdings kein Muss. In meinem Fall würde ich jetzt hier zum Beispiel noch natürlich Englisch angeben oder auch zum Beispiel sowas wie Mandarinen, weil ich auch mal an der Uni Mandarinen hatte, ja, ist jetzt aber wie gesagt kein Muss. Ansonsten könnt ihr natürlich noch ein Dialekt angeben, beispielsweise den Berliner Dialekt oder auch den, ja, bayerischen Dialekt und so weiter und so fort. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, kann man es auch schaffen, ohne ein Gewerbe anmelden zu müssen oder ohne selbstständig zu sein, online Geld zu verdienen? Und dazu kann ich sagen, ja, das geht, man kann auch ohne Gewerbe online Geld verdienen. Dazu habe ich euch schon ein komplettes Video aufgenommen, in dem ich beispielsweise auch beweise, wie man über 900 Euro innerhalb von 24 Stunden ohne Gewerbe auszahlen lassen kann. Klickt dazu einfach auf das Video, was ich jetzt hier in der Mitte einblenden werde. Dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.